Der Hausnotruf hat am Montagabend wohl einer Seniorin und ihren Nachbarn das Leben gerettet. Das teilte die Johanniter Unfallhilfe mit. Die 77-Jährige hatte am Abend ihren am Körper getragenen Hausnotrufknopf gedrückt, nachdem in ihrer Wohnung im fünften Stock ein Brand ausgebrochen war. Die Mitarbeiter der Johanniter Hausnotrufzentrale konnten Sprechkontakt zu der in Panik geratenen Seniorin herstellen und sagten, sie solle umgehend die Wohnung verlassen. Daraufhin alarmierte die Hausnotrufzentrale die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Sohn der Rentnerin. Wäre die Frau allerdings bereits bewusstlos gewesen, hätte sie keine Hilfe mehr rufen können. Aus diesem Grund empfehlen die Johanniter auch die Anbringung von einem speziellen Rauchwarnmelder. Bei einer Rauchentwicklung löst dieser Rauchmelder Alarm in der Wohnung aus und gleichzeitig wird ein Alarm an die Hausnotrufzentrale gesendet. Über diese Zentrale werden sofortige Hilfemaßnahmen eingeleitet. Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Montagabend damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Er hatte sich auf die gesamte Wohnung ausgebreitet. Auch andere Wohnungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. 27 Personen mussten evakuiert werden und kamen in Ausweichquartieren unter. Die Seniorin und eine Nachbarin wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gefahren. Nach Ermittlungen der Polizei ist inzwischen davon auszugehen, dass der Brand fahrlässig von der Bewohnerin verursacht wurde.